KI ist gekommen, um zu bleiben, und zwar als Treiber von Veränderungen auf allen Ebenen. Was bedeutet das für unsere Arbeitswelt? Wir müssen reden. Auch wenn wir noch nicht alles wissen, ein paar Dinge können wir heute schon sagen. Durch KI rücken Tätigkeitsfelder näher zusammen. Das Schreiben von Software wird zunehmend von der Kenntnis spezifischer Programmiersprachen entkoppelt. Fachexpertinnen und Experten aus Gebieten wie beispielsweise Ingenieurwesen, Medizin oder Sozialwissenschaften arbeiten datengetrieben und rücken dadurch näher an den Programmcode heran. Sie kennen Ihre Daten und wissen, was damit zu machen ist. Ein Gewinn für alle. KI wird uns Mehrwerte eröffnen, die wir vorher aufgrund der schieren Datenmengen gar nicht nutzen konnten. Und das eröffnet Raum für vollkommen neue Geschäftsmodelle und Innovationen, die wir aktuell im Bereich generative KI und große Sprachmodelle erleben. Wir wissen noch gar nicht, welche Anwendungsfälle wir hier noch erleben. Aber wir können uns sicher sein, dass nichts ausgeschlossen ist. Es gibt nur eine Zukunft mit KI. Bei all den Möglichkeiten, die Verantwortung für das, was durch KI entsteht, liegt bei uns Menschen. Deswegen sind wir alle gefordert, uns mit KI zu befassen, die Tools auszuprobieren und zu lernen. So können wir besser verstehen, welche Skills wir künftig benötigen und mit welchen Werten wir die Zukunft gestalten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.